herzlich willkommen ich habe mich zu sonntag ist alles toll zu sein Was er isst, finde ich einen schönen Montag, aber liegt gleich daneben. Also der Truck ist groß, das geht. Heu arbeitet auch noch nebenbei. Und wir sehen aktuell auf Feld 15 Soja aus. Dich heranfahren. Die Lunge schieben, ne? Tempo Bar Fan Option. Runter auf 10 kmh. 10 an, 1 nicht. Die Lunge ist so schnell. Acht. Acht geht. Und wir machen Köln nebenbei die Lage zum Vorbereitungs�lage. Ein wechselgut. Leider ist der Truck noch nicht reif. Aber könnte sein, dass er das auch nimmt. Amadell Ok Ja, gut, okay. Ich will nur noch eingreifen. Lassen wir noch fahren. Ich kann dir nicht ganz folgen. Gut, nach rechts komme ich nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ein bisschen. gleich schauen wir mal die Ecke überkriegen hier gerade anfangen ein bisschen sammeln ja nicht schlecht, ich muss irgendwie runterkommen hier so ich hole 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab's vergessen. So, okay. Jetzt haben wir einen Vorteil. Können wir daneben fahren. Selber ein, aussteigen. Und daneben fahren. Ist das bedingt? Wollen wir nicht. So, fahren wir hinterher. Verstehen lassen, wenn das okay ist. Lüchte. Der erste, oder zweite Fugel ist die gleiche Verweiterung. Ich hab die Krone nebenbei. So, Tempomat rein. So, ich brauch wieder hier vorne nicht so kurz aus lang. Und dann trolle ich wieder ein bisschen was. Naja. Versaut Haare. SPS, passt. So, ich hab die Krone auf. Ich geh dann an, extra für den Rechner, da wir das normale Wetter habe. Ja, und so arbeiten wir uns vorwärts, ne? Ich kann in aller Ruhe... Ich kann in aller Ruhe... ... Autos Haare. ... ... ... ... Das ist sehr glücklich der Hexer. Ich habe ein Anliegen geschrieben, dass ich noch einen Fehler habe. Das geht flüssiger. Ah, es wird schon werden. Ja, das ist richtig. Mein FS war 44, 45. Das ist die volle Auflösung, also besser geht nicht. Ja, einer ist fertig. Ich habe noch ein Heu. Wenn man so eingreift, kann man nicht weiter fahren. Da sind wir hier los. Dann hält man aus. Dann gehen wir lieber auf. Der ist noch nicht fertig. Der Heu ist fertig. Schauen wir mal an. Aber das passt schon. Ich kann mal Licht ausmachen, ne? So, Heu und Silo rein. Wahrscheinlich hat der Krone gepasst. Wahrscheinlich. Ah, du weißt den genau. Immer noch nicht testen. Oder die Krone sind teuer. Ich glaube, der wird noch 100 entschieden. So, jetzt muss man den hier waschen und tun machen. Ich bin jetzt weggefahren. Ja, zu weit. Ich bin jetzt weggefahren. Ja, zu weit. Ich bin jetzt weggefahren. Oh, du weißt nicht. Das war noch nicht zu weit. Ich bin jetzt weggefahren. und wer bereit für das nächste diese Ja, Tag ist voll. Aber ich steile ihn wieder oben hin, da ist eine Lücke, da passt er genau rein und da kommt später die Ralle hin. Ehe den Bass kommt die hin. Aber erst mal kommt die Mist vor der Fabrik. Und den fahren wir hier rein. Die war schon sauber, hauptsächlich. Gras nicht mehr. Ja, da haben wir alles anders schon durch. So, dann werden wir hier mal ganz kurz die Ecke mitmachen. Ich weiß nicht genau, wie wir es kurz sind. Alles 100%, aber das passt. Das passt voll. Aber hinterher. Jetzt haben wir ein wichtiges Etappenziel erreicht. Wir haben jetzt unseren ersten Mais, die Ernte. Oder sitzen wir uns bei und machen die erste Produktion mit die Blasenherstellung. Die zweite Produktion wird näher sein, wenn wir näher Zeit haben und das Geld haben, wenn wir was verkaufen. Okay, wir haben nichts weiter her. Und dann ist die Kuh, die Kuh, die Kuhversorgung. Oh. Wir sind ein bisschen vorwärts zurückgezogen. Oh, okay. Okay, wo hin? Irgendwie, das ist doch noch ein Glück hier auf einmal. Kühl 18 und 10. Wahnsinn. Das Heppe geht aber auf. Und draußen auch noch so heiß. Ah, wird schon ein bisschen kühler. Hier haben wir schon. Hier haben wir schon. Hier ist doch 4.800. Hier wird rein. Ich gehe vorwärts. Endfeld haben wir noch mit Mais. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Like oder einen Abel habt. Und wenn ihr beides habt. Ich sage noch ganz schön fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Seien noch Tschüss und Winkelwinkel. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.